Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdoms Reborn. Wir müssen mal gucken, ob wir eine Trade Route heute hinkriegen. Ähm, keine Ahnung. Äh, Jaruna oder so hieß das. Äh, Jaruna. Jaruna. Connected, hä? Okay. Ich weiß aber nicht, was das jetzt macht. Okay, keine Ahnung. Äh. Okay, ich... Keine Ahnung. Äh, Iron Smelter Combo. Ähm... Das sind halt Global Cast. Das brauche ich eigentlich nicht. Farm Water Management. Das könnte interessant sein, aber... Ja. Äh, okay. Irgendwo hatten wir hier noch kein... Okay. Hier hatten wir noch gar keins drin. Okay. Und dann mache ich da aber auch erst mal das... Das auf das Productivity Book von der Mine rein. Ist nicht so cool wie das Passion Buch, weil... Ja. Aber... Okay. Okay, ich... Trade Route... Ich verstehe es nicht. Äh, ich mache das hier einfach mal... Aber... Ich... Ich weiß nicht, was es bringt. Iron Bar's verkaufen sich auch ganz gut, aber die Tools... Oh, Clothes verkaufen sich auch gut. Holy Shit. Ähm... Stone Tool ist auch okay. Ähm... Papaya und sowas ist alles... Wodka. Oh, Wodka! Und Wein. Okay. Autosave? Ah, ne. Ist nur Dings. Okay. 5000 immerhin. Iron Smelter, Taylor. Äh... Okay. Ja, das ist okay. Wir müssen das nächste Age, äh... Kommen. Bevor wir da nicht sind, äh... Wird das, glaube ich, nicht mehr viel. Also, da können wir nicht mehr viel machen. Können wir eigentlich schon ins nächste Age? Nein, wir haben immer noch... Fünf Häuser zu wenig. Leider. Obwohl hier schon echt viele Level-5-Häuser rumstehen. Da steht irgendwie noch ein Level-1-Haus rum. Los mit den Leuten. Arbeiten die nicht, oder? Bilder. Bilder können wir wieder runter machen. Das ist schon mal gut. Ich lass mal 10. Das ist richtig. Die haben tatsächlich... Okay. Also, es bringt was. Dann haben wir hier 200 Glas. Okay. Pass mal auf. Wir kaufen nochmal Glas. 20.000. Wir können uns... 300 Glas rein... Let's go. 12.000. Let's go. Und dann brauchen wir noch 100 Glas noch einmal. Haarstein hat auch Level-4 erreicht. Okay. Wo ist Haarstein? Ist das das, wo... Ist das, wo da so viel Platz hat? Ne, das ist Ruhen. Wo ist Haarstein? Okay. Irgendwas ist... Entweder ist jemand gelieft, oder... Ach, hier oben ist Haarstein. Okay. Ja, gut. Ähm... Aber ich würde ganz gern... Aber... Wisst ihr was? Ich baue jetzt ne Galerie. Es kostet 6.000. Oh, warte mal. Wir können noch was machen. Wir können unser Eisen verschwenden. Auf geht's. Ja, Homeless ist nicht so geil. Aber ich kann... Weiß grad nicht, wo ich noch ein paar Häuser bauen soll. Der ist Level-4? Der hat Pottery und alles. Woher? Naja, gut. Ich hinterfrag's nicht. Ähm... Ganz kurz. Ja, Homeless. Ich überleg grad, wo ich jetzt am besten... Wie ich das jetzt am besten mach. So. Upgrades. Können wir... Wir können doch nicht, ne? 28 von 30. Wir sind jetzt so kurz dafür. Ich werde so lang halt einfach echt die Farmen... Farmen einfach maxen. Äh... Okay, wir können nochmal. 100 Glas. Und dann verkaufen Wolle. Wolle, 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 Wolle. Wo ist Wolle? Luxury. Wahrscheinlich. Oder ne? Ah, das. Ah ja, okay. Yay. Das sollte genug Glas sein. 115.000! Okay, es lohnt sich, das Glas zu kaufen. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. You can now race Miner, City or Fort to move them from the map. Unlock race. Wait. Oh. Oh. Okay. Oh, wow Okay, cool Jetzt kann ich das endlich ausradieren Das, was ich schon immer machen wollte Nice, dann brauche ich doch nicht den Ford Hier nicht mehr Ist natürlich schade Dann kann ich den abreißen Okay, ich wusste, dass es geht Schon wieder Ford Situation ändern Oh mein Gott Okay, muss ich Ich muss vielleicht nochmal Reinforcen So Das ist ein bisschen weird Und dann submitten Wow Okay, kann ich ja nochmal Neid Ausbilden Boah, da kostet ganz schön viel Riecht das zurück? Ja, das krieg ich zurück Okay Okay, ist aber cool, dass es geht Ich verkaufe jetzt Holz Ich habe nur 360 Das verkaufen kann Aber 1500 Immerhin 3.000 Okay Ich glaube nicht, dass ich das gewinne Okay, das ist cool, dass ich die Truppen wenigstens zurückkriege Also ich brauche mindestens noch eine zweitige Lehre dafür Okay, das ist interessant Äh, jetzt muss ich die Karten hier irgendwo storen Wenn ich die jetzt Ich kriege die einfach unten ins Inventar Scheiß drauf Äh, what Ah, eine Bierbrauerei Okay, da wollte ich doch noch mal eine bauen Und das mache ich fertig Es lohnt sich Okay, da habe ich auch zum Beispiel noch keine Sustainability und Dingsbücher drin Ja Kann ich das Könnte ich mal machen, vielleicht Kann ich? Weile Submit Oh, okay Wäre witzig gewesen Wäre witzig gewesen Okay, aber ich kann es Äh, ja, Ranua Theoretisch ausradieren Das ist, äh, schon ganz gut Und die zwei mal als Freunde Okay, das ist aber gut Das ist gut, dass ich das weiß Das heißt, ich kann sowas hier schon kaputt machen Das heißt, den fort und den vor Eigentlich brauche ich nur noch den hier, ne Und den da, wenn ich die eine Provinz will Weil Wenn ich die Provinz-Overless anschaue Der da ist der einzigste, der hier nach unten connectet Gut, die zwei sind vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich die noch habe Einfach, falls der da kaputt geht Also ich weiß nicht, ob man die angreifen kann oder so Ich habe keine Ahnung von dem Spiel Okay, irgendjemand hat das wieder Townen gelieft Homeless, ne Ja Ist jetzt nicht so ideal, aber Oh, halt jetzt hinterher noch Häuser Oh, das arme Das arme Babyschwein Pass auf, ich mache die Quick Build Die Häuser Damit die Die Stadt nicht verlassen Naja, was ich auch mache, ist Die Dingshüter stilllegen Für einen Moment Ich müsste eigentlich ein Glas haben Geil Okay, ich verkaufe Ich kann jetzt Ich kann nicht 300, 400 machen Nein Nervig Okay, ich kriege da Good Relation Ich kriege da ja Zeugsachen her davon Gerade Deswegen ist es jetzt nicht so bad Aber Kann ich dann den hier auch bekämpfen? Ich kann den Den kann ich nicht so einfach bekämpfen Nee, Allianz kriegt ihr nicht Nee Nee, 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 nee Allianzen Okay, das Okay Ich will die Ich will das die Folge noch sehen Na, ich will das Ding fertig sehen Hier bei Wood brauchen wir gerade mittlerweile echt nicht mehr Ich glaube, es ist echt wegen Bauen auch so schlimm gewesen Aber hier hinten ist auch Okay, hier sind tatsächlich die Sachen alle fertig gebaut Ja Kann ich noch nicht Bezählt das hier als Nahgelegen Ich muss nochmal abreißen hier Ich hoffe, das Reicht, wenn der wirklich neben dran steht Dann Nee Scheint nicht so Ah doch, okay Ja Ja, ein bisschen weniger Range jetzt, aber Ist okay Kann mit Leben Bei Wood brauche ich halt auch gerade nicht mehr Forts sind auch überbewertet Wildcards gehen immer I guess Das hier kann ich mal Demolition Ja, ja Storage to fire Ich weiß Ihr kriegt ein Lagerhaus Das quickwilde ich euch sogar Okay, das ist fast fertig Oh, ein Haus Ein Haus Oh, die Foyer wird gut Komm, das macht ihr auch Kriegt das hin Quickbill ist nur noch 79.000 Aber sie Ist es wieder eine Frau? Ist es wieder eine Frau? Nathalie Nathalie Ich glaube, Nathalie hatten wir schon mal Nathalie arbeitet einfach hier, ja Auf dem Bau Mehr wie alle Männer Traurig Okay, Medizin Ja 1000 Brick Haben wir mittlerweile Brauch ein Haus noch Komm Eins upgraden doch Bitte Irgendeins upgraden Komm Irgendjemand Oh, das heißt aber Ich kann das hier nachher Irgendwann Ja, okay Ich kann die Granary Nachher nochmal Abreißen Und ein bisschen Mal darüber bauen Dass die hier steht Oder sowas Äh Das da natürlich Das brauchen Die Bierbrauer Noch, ne Ja, 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 ja Komm Komm Wir kriegen das fertig Nathalie, komm Du schaffst das Du baust die ganze Kathedrale allein Oh nein, es ist jetzt Sean Ach, Sean hilft dir Nathalie Ja Nathalie Sean ist ein Fake Nathalie und die Kathedrale Oh Gott Oh nein, jetzt holen wir zwei Häuser Oh mein Gott Nathalie und die Kathedrale Ja Irgendwas von irgendwas Hab ich zu wenig Bier Dings Keine Ahnung Ich weiß es leider nicht Geht da ab Oh komm Ich möchte es fertig haben Diese Folge Ich mache jetzt Speed Ich möchte die Folge Die Kathedrale noch fertig haben Du trinkst ab Die Häuser nicht mehr hin Factory Eins von beidem Diese Folge Komm Irgendwas Irgendwas kriege ich doch noch Hier Draußen sein Können zu kommen Okay Nathalie ist halt echt langsam Oh ja Das Haus Upgraded Ja Ja Warte Nein Eins fehlt immer noch Eins fehlt immer noch Let's go Okay Aber wir haben es Age noch nicht erreicht Okay Ist jetzt fies Aber Ich würde sagen Nächste Folge Double Upgrade Wo ich weiß nicht Ob Nathalie das nächste Folge Hinkriegt Selbst bei dreifahren Speed nicht Okay Ich würde sagen Nächste Folge Enlightenment Age Und vielleicht auch Eine Kathedrale Mal schauen Ob Nathalie Das hinkriegt Ich booste sie mal Nochmal Jetzt nochmal boosten Boost Ich würde sagen Bis zur nächsten Folge Ciao Tschüss Tschüss